Meine Herren, sicher verstößt es nicht gegen das Gesetz, sich Mors etwas zu ertüchtigen. Oder lockersitzende Kleidung zu tragen, die es einem ermöglicht, frische Luft um seine Spalten und Furchen wehen zu lassen. Nun, eure Kutsche scheint warm und trocken zu sein. Bringt mich nach Osten, unverzüglich, postwendend. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert?